Wer sie schon einmal erlebt hat, den lässt sie nicht mehr los. Die unvergleichliche Atmosphäre einer Kunstauktion. Der erste Schritt zum Verkauf eines Kunstgegenstandes bei Van Ham ist, unseren Spezialisten das Objekt vorzustellen. Kostenfrei und unverbindlich erhalten Sie so eine erste Einschätzung über die kunsthistorische Bedeutung, die Verkaufschancen auf eine Auktion und den aktuellen Marktwert. Besuchen Sie uns mit Ihrem Objekt in unserem Auktionshaus in Köln oder in unseren Repräsentanzen. Sie können uns auch ein Foto per Post oder per E-Mail zusammen mit den wichtigsten Informationen zusenden. Bei größeren Objekten oder Sammlungen kommen unsere Experten auf Wunsch auch gerne zu Ihnen. Alle bei uns eingelieferten Kunstgegenstände werden von unserem Experten-Team genauestens begutachtet und auf ihre Echtheit hin überprüft. Basierend auf unserer Kenntnis des aktuellen Kunstmarktes garantieren wir eine marktorientierte Schätzung Ihres Objektes. Eine qualitativ hochwertige Abbildung im Auktionskatalog erhöht die Verkaufschancen Ihres Objektes um ein Vielfaches. Ihr Kunstobjekt wird von unseren Experten kunsthistorisch genauestens recherchiert und entsprechend im Auktionskatalog ausführlich beschrieben. Werbeaktivitäten in internationalen Medien sowie ausgeprägte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen die von Ihnen zum Verkauf gegebenen Objekte zusätzlich bekannt. Durch die ansprechende Präsentation der von Ihnen eingelieferten Kunstgegenstände während der Vorbesichtigung schaffen wir bei Van Ham eine Atmosphäre, in der Gebote gerne abgegeben werden. Am Tag der Auktion kommt Ihr Kunstgegenstand unter den Hammer. Der Preis eines Gegenstandes wird bei keiner anderen Form des Verkaufs so unmittelbar von Angebot und Nachfrage bestimmt. Die Preisbildung ist somit sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer absolut transparent und der erzielte Preis entspricht in jedem Fall dem aktuellen Marktwert.